Was halten die Bürger denn von all diesen Maßnahmen? Ja, das Asylpaket 2, das hat ja eine Vielzahl von Maßnahmen. Wir haben zwei rausgegriffen. Unter anderem wollten wir wissen, wie sinnvoll es ist, Algerien, Marokko und Tunesien als sichere Herkunftsländer einzustufen. Da sagen 78 Prozent der Befragten, ja, das ist eine gute Idee. Nur 13 Prozent sagen, nein, das ist keine gute Idee. Hier also sehr klare Mehrheiten. Etwas anderes Bild ergibt sich, wenn man auf den Familiennachzug schaut, der ja eingeschränkt werden soll für zwei Jahre, unter anderem für Bürgerkriegsflüchtlinge. Da sagen 44 Prozent, ja, das ist eine gute Idee. 49 Prozent wiederum sagen aber, nein, das ist keine gute Idee. Hier sind also die Deutschen gespalten. Je nach Maßnahme ergibt sich also ein durchaus differenziertes Bild. Ellen, dann lassen Sie uns von den beschlossenen Maßnahmen jetzt einen Schritt weitergehen. Wie kommt die Politik der Bundesregierung denn grundsätzlich an? Also wenn wir auf das große Ganze gucken, da haben die Deutschen eine klare und auch kritische Haltung zur Arbeit der Bundesregierung. Wir wollten nämlich wissen, hat die Bundesregierung ihrer Meinung nach die Flüchtlingssituation im Griff? Da sagen nur 18 Prozent der Befragten, ja, die hat sie im Griff. Und eine ganz klare Mehrheit von 81 Prozent sagt, nein, ich habe nicht den Eindruck, dass die Bundesregierung die Flüchtlingssituation im Griff hat. Gleichzeitig, aber auch sehr interessant, wollten wir wissen, wie ist die Unterstützung denn für die Flüchtlinge, die zu uns kommen, aus den verschiedensten Gründen. Zum Beispiel wegen politischer Verfolgung oder Bürgerkrieg. Finden Sie es richtig, dass Deutschland Menschen aufnimmt, die geflohen sind vor Krieg oder Bürgerkrieg? 94 Prozent sagen, ja, das ist richtig, dass wir diese Menschen aufnehmen. Bei politischer oder religiöser Verfolgung sagen immer noch 73 Prozent, es ist richtig, dass wir diese Menschen aufnehmen. Ein anderes Bild ergibt sich nur, wenn man nach wirtschaftlicher Not fragt, also Flüchtlinge, die eben in ihrem Land keinen Job oder kein Auskommen haben. Da sagt nur eine Minderheit von 25 Prozent, diese Menschen sollte Deutschland auch aufnehmen. Also eine klare, breite Unterstützung für die Menschen, die wirklich vor Verfolgung geflohen sind und gleichzeitig ein sehr kritischer Blick auf die aktuelle Flüchtlingssituation und die Arbeit der Bundesregierung. Ja, in den Bundesländern, in denen gewählt wird, da wirbelt die Diskussion um die Flüchtlinge natürlich einiges durcheinander. Nun ist natürlich die Frage an LNI beim Deutschlandrend, ist das denn auf der Bundesebene ähnlich? Ja, das muss man ganz klar bejahen, diese Frage, denn wir können das sehr gut festmachen an der Zufriedenheit mit der Arbeit der Bundesregierung, die wir jeden Monat abfragen. Und da möchte ich gerne einen Zeitverlauf zeigen. Im Juli, also vor der großen Flüchtlingskrise, 57 Prozent Zufriedenheit. Das ging dann langsam runter im November auf 42 Prozent. Im Dezember, Januar ging es wieder bergauf, 48, 51 Prozent. Und jetzt im Februar der Absturz. Nur noch 38 Prozent der Deutschen sind mit der Arbeit der Bundesregierung zufrieden. Das ist der schlechteste Wert der Regierung in dieser Legislaturperiode. So viel zum Kollektiv. Das färbt natürlich auch auf die einzelnen Player ab, nämlich auf die Beliebtheitsliste der Politiker. Die führt zwar nach wie vor Außenminister Frank-Walter Steinmeier an, mit 70 Prozent. Er büßt nur einen Punkt ein im Vergleich zum Vormonat. Aber jetzt Wolfgang Schäuble büßt acht Punkte ein, landet bei 64 Prozent. Und die Bundeskanzlerin, sie verliert 12 Punkte im Vergleich zum Vormonat, landet bei 46 Prozent. Und damit fasst gleich auf mit Sigmar Gabriel, der konstant liegt bei 45 Prozent. Und Horst Seehofer, der sich noch mal um zwei Punkte auf 45 Prozent verbessern kann. Zum Wert von Angela Merkel, 46 Prozent Zufriedenheit, muss man sagen, das ist ihr schlechtester Wert seit August 2011. Herr Hennen, wenn man jetzt mal einen dicken, fetten Strich unter das alles macht und die Frage stellt, wie wirkt sich das auf die Sonntagsfrage aus? Wie wirkt es denn aus? Das wirkt sich auch ganz klar und direkt bei der Sonntagsfrage aus. Wenn am Sonntag Bundestagswahl wäre, dann käme die Union auf 35 Prozent. Sie muss vier Punkte verlieren im Vergleich zum Januar. Die SPD, sie bleibt konstant bei 24 Prozent. Die Linke verbessert sich um einen Punkt auf 9 Prozent. Die Grünen verlieren einen Punkt, landen bei 10 Prozent. Die FDP kann sich um einen Punkt verbessern auf 5 Prozent. Und die Alternative für Deutschland, sie verbessert sich um drei Punkte auf 12 Prozent. Insgesamt muss man sagen, dass die Verluste der Union, der FDP, aber vor allem der Alternative für Deutschland zugutekommen. Alle Zahlen und alle Informationen zu diesem Deutschlandtrend können Sie auch wieder bei uns im Internet nachlesen, wie immer unter www.tagesschau.de. Und ganz herzlichen Dank, Ellen Eni, nach Köln für diese Information. Danke, nach Hamburg.